Mach doch mal zu, da hinten ist doch ne Frechheit! Oh, sorry, ihr seid schon drauf. Ja, man muss ja auch mal irgendwie ne Ansage machen, ne, wenn die Bahn immer zu spät kommt. Ähm, also Danielo, Daniela, nee, nicht Daniela, Danielo, genau, Dani, Dani, Sahne, ja, Joghurt, ja, genau. Du warst bei Love Island, ne? Du bist hier gar kein Sunnyboy, der irgendwie ne Ische sucht, ne Schnecke für sich und sein Leben, sondern du bist irgendwie ein Schauspieler. Oder bist du gar keiner? Und du sollst Ersatz werden für Ingo Kantorek? Naja, ein bisschen schade finde ich das, weil Ingo war Weltklasse. Also wenn sie dich einsetzen, dann bitte nicht als Ersatz von einem Weltklasse-Superstar.